Im August spült euch der Schleudergang gleich neun neue Blockbuster in die Timeline. Wir verraten euch, was es im nächsten Monat Neues gibt. Iron Angels Rallye des Todes Regen in den Bergen Iron Angels 2 Tabu Gen X Cops Das Gasthaus des Schreckens Mausoleum Iron Angels 3 Das kann ja nur der beste Monat des Jahres werden. Der traumhafte August mit jeder Menge Genre Kino kommt direkt ins Wohnzimmer. Silverline, dein Genre Kino für zu Hause.